Brot ist das Natürlichste auf der Welt. Mehl, Wasser, Hefe. Und es ist eigentlich nur aus drei Zutaten, die so einfach ist. Es ist ein bisschen wie Zauberer, muss man schon sagen. A la Perfektion. Ich liebe mein Geschäft, weil es ein Geschäft, der die Menschen nutzt. Es gibt nur ein Zauberer in der Bäckereien. 108 Zauberer aus 20 Ländern. Das ist alles, aber in meinem Sinne. In der Industriebe, wir machen das überhaupt nicht. Was wollen wir da runter, die Stunde? Wir haben eine Zauberer für knapp 5000 Zauberer. Das ist natürlich nicht so viel. Bei mir war immer Wachstum, 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 das Ziel. Die Zauberer wurde analysiert und die Mikroorganismen wurden isoliert. Dass Brotbacken und Landwirtschaft Handwerk ist, ich glaube, das wissen gar nicht mehr viele. Baking ist Science. Um so ein Brot zu produzieren, braucht man erstmal natürlich billiges Weizenmehl. Und das wächst halt dann nur mit viel Pestizid-Anwendung. Ein Kilo de Pins Bio, c'est 1,50 m² de terre, qui est préservé pour les générations futures. Das hätte ich am Anfang auch unterschätzt gehabt. Am Anfang war es so, ich bin nach Hause gekommen und habe mir gedacht, ja, Brot ist Brot. Aber das ist es überhaupt nicht, ja. Das ist wirklich eine Kunst. Ja, das ist einmal ja ein Bäcker. On my Facebook page, people go crazy about this. We call that bread porn.